Wenn Sie den S&P 500 Index oder einen anderen Aktienindex handeln, sollte diese Strategie zu Ihrem Arsenal gehören. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mithilfe der Korrelation und der kombinierten Analyse von S&Spy oder NQ&QQ sehr wertvolle Informationen extrahieren und anwenden können, um profitable Trades zu tätigen. Zu Beginn einige Informationen darüber, was es, S&P 500 Index sind und warum sie eng miteinander korreliert sind. Der S&P 500 Index oder Standard & Poor's 500 Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index der 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA. Der S&P 500 stellt eine Art Mittelweg dar. Umfassend genug, um die relative Stärke oder Schwäche der Wirtschaft als Ganzes aufzuzeigen, aber nicht so vollständig, dass zu viel Rauschen im Signal enthalten ist. Insgesamt ist der S&P 500 ein Index, eine von Analysten, politischen Entscheidungsträgern und normalen Marktteilnehmern akzeptierte Benchmark. Der S&P 500 enthält einige der führenden Unternehmen, die in ihren Branchen führend sind und einen Indikator für die amerikanische Wirtschaft darstellen. Der S&P 500 Index ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet, wodurch sich eine höhere prozentuale Verteilung der Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung ergibt. Es ist ein Futures-Kontrakt auf den S&P 500 und NQ ist ein Futures-Kontrakt auf den Nasdaq 100. Was ist ein ETF? Ein Exchange Traded Fund, ETF, ist eine Art von gepultem Investmentpapier, das ähnlich wie ein Investmentfonds funktioniert. Ein ETF bildet in der Regel einen bestimmten Index, einen Sektor, eine Ware oder einen anderen Vermögenswert ab, aber im Gegensatz zu Investmentfonds kann ein ETF an einer Börse wie eine normale Aktie gekauft oder verkauft werden. Ein ETF kann so strukturiert sein, dass er alles abbildet, vom Preis eines einzelnen Gutes bis hin zu einer großen und vielfältigen Sammlung von Wertpapieren. ETFs können sogar so strukturiert sein, dass sie bestimmte Anlagestrategien abbilden. Der erste börsengehandelte Fonds war der SPDRS und P500 ETF, SPY, der den S&P 500 Index abbildet und auch heute noch aktiv gehandelt wird. QQQ ist ein passiver börsengehandelter Fonds von Invesco, der die Anlageperformance des Nasdaq 100 Indexes abbildet. QQQ wurde am 10. März 1999 aufgelegt. Betrachten wir nun die Korrelation zwischen S&P 500 und danach zwischen NQ und QQQ. Dazu verwenden wir einen Bar-Chart und für einen genaueren Vergleich wählen wir einen einminütigen Timeframe. Wenn die Charts gut korrelieren, dann werden wir das beim Intraday-Vergleich auf einem eine Minute langen Timeframe sehen. Vor Ihnen sehen Sie die Folie, auf der der weiße Chart den S&S und der orangefarbene Chart den SPY darstellt. Schauen Sie sich die genaue Reaktion des einen und des anderen Tickers genau an, es ist sogar schwer zu unterscheiden, welcher dem anderen folgt. Die markierten A- und B-Zonen sind immer noch nützlich für die kombinierte Analyse des Liquiditätsungleichgewichts zwischen Käufern und Verkäufern, um wichtige Informationen für den Handel zu erhalten. Wir haben die stabile Korrelation des ersten Paares überprüft und wollen nun einen Blick auf das Paar NQ und QQQ werfen. Das weiße Chart auf der Folie steht für den NQ, das orange Chart für den QQQ. Auch hier sehen wir eine sehr enge Korrelation, und trotz der Tatsache, dass die Charts gegeneinander verschoben sind, ist es schwer zu erkennen, welcher Chart dem anderen folgt. Die Zonen A und B auf dem Chart, die markiert sind, werden wir jetzt auch für die vergleichende kombinierte Analyse verwenden und sie werden in wenigen Minuten nützlich sein. Ausgehend von der Tatsache, dass die Korrelationen in Paaren wie S&SPY und NQ und QQQ sehr eng sind, können wir die Korrelation im Liquiditätsungleichgewicht des einen und des anderen Instruments nutzen. Indem wir vergleichen, welches Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern auf einem Ticker und welches Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern auf dem anderen Ticker besteht. Auf diese Weise können wir selbst genauer bestimmen, welche Käufer- oder Verkäuferaktivität korrekt, das heißt, war, und welche falsch ist. Wir nehmen den S&P und den SPY, und bei einem der Ticker haben wir ein anderes Gleichgewicht. Zum Beispiel beim SPY haben wir ein Ungleichgewicht der Käufer und beim S&P ein Ungleichgewicht der Verkäufer. Entsprechend interpretieren wir diesen Einstiegspunkt unterschiedlich. Auf der nächsten Folie werden wir nun die Ungleichgewichte von NQ und QQQ vergleichen, das heißt, wir nehmen diesen Teil des Charts von Bereich A und vergleichen ihn barweise. Wir vergleichen nicht die Balken, sondern den Cluster-Chart NQ, beginnend mit dem ersten Balken des 5-Minuten-Zeitrahmens. Hier vergleichen wir den ersten 5-Minuten-Balken der NQ. Es gibt ein Ungleichgewicht. Hier ist eine 1, dort ist eine Markierung. Beim NQ gibt es ein Ungleichgewicht auf der Verkäuferseite. Beim QQQ gibt es ein Ungleichgewicht auf der Käuferseite, und dieses Ungleichgewicht setzt sich bis zur 10. Stunde beim QQQ und bis zur 9. Stunde fort. Beim NQ besteht ein Ungleichgewicht, das nicht mit dem Trend und der Dynamik übereinstimmt, die auf dem Chart zu sehen sind. Ein wenig zu den Daten, die Sie im unteren Histogramm sehen, das heißt, wir schauen direkt auf das untere Histogramm. Und hier sehen wir das Ungleichgewicht des Verkäufer-Deltas und das zweite Histogramm, das kaum sichtbar ist, ist der Delta-Prozentsatz, das Übergewicht von Käufern und Verkäufern. Und wir haben eine Quote von der 8. Stunde bis zur 10. Stunde, die zum Kauf geht. Das Delta, das dieser Tendenz entspricht, ist in der folgenden Notierung zu sehen, die der Tendenz überhaupt nicht entspricht, buchstäblich teilweise, im NQ zwischen dem zweiten und dem dritten Punkt. Daraus folgt, dass wir zur Bestätigung einer Tendenz, das heißt zum Kauf oder zum Verkauf, direkt beide Handelsinstrumente und das untere Histogramm, also das Balkendiagramm, vergleichen und bereits die endgültige Entscheidung auf der Grundlage der Daten treffen, die QQQ anzeigt. Achten Sie nun auf Punkt 4, das heißt der Trend bis zum Punkt 4 ging weiter zum Kauf und direkt um 10.40 Uhr haben wir auf dem Ticker QQQ ein Ungleichgewicht von 12% und 10% auf der Seite der Verkäufer, während auf NQ ein solches Ungleichgewicht nicht das Ende des Trends bestätigt. Bei Punkt 4 hatten wir ein fixes Kaufsignal, wenn Sie also zu Beginn der Eröffnung der Handelssession auf der Grundlage einer starken Kaufaktivität eingestiegen sind, können Sie bei Punkt 4 durchaus einen Teil Ihrer Position fixieren oder Ihren Handel ganz schließen. Zu Punkt 5, d, h, von Punkt 4 bis Punkt 5, beobachten wir mit Ihnen bei beiden Handelsinstrumenten ein Ungleichgewicht auf der Verkäuferseite, aber es gab sogar Spitzen von 17 bis 14% Ungleichgewicht in einigen 5 Minuten Bars beim NQ. Und beim dritten Punkt gab es einen Fall von 16% um 10.50 Uhr, wobei die übrigen Ungleichgewichte auf der Verkäuferseite nicht stark genug waren. Das wiederum gibt uns die Möglichkeit zu entscheiden, einen Teil unserer Position zu halten, also den Trade zu behalten und eine Entscheidung auf der Grundlage der folgenden Informationen zu treffen. Zwischen den Punkten 5 und 6 haben wir ein schwaches Ungleichgewicht in dem einen oder anderen Instrument und am Punkt 6 haben wir ein Ungleichgewicht von 30% im Ticker QQQ und 10% auf der Käuferseite im Ticker NQ. Entsprechend wurde ab dem Punkt 7 ein guter Zustrom von Käufern auf dem Ticker QQQ beobachtet, der berücksichtigt werden sollte, und es ist möglich, den Kauf fortzusetzen oder den Kauf auf der Grundlage der Informationen auf dem Ticker QQQ zu eröffnen. Auf der nächsten Folie betrachten wir direkt die Zone B, das heißt den zweiten Teil des Korrelationsdiagramms von NQ und QQQ. Hier sehen wir, dass der Trend beginnt oder vielmehr der Kauftrend weitergeht, und die Punkte 1, 2 und 3 bestätigen dies sowohl für das eine als auch für das andere Instrument. Mit anderen Worten, wir könnten die Kauftendenz bis zum vierten Punkt beibehalten. Wiederum ist dies ein starker Hinweis darauf, dass wir unsere Kaufposition fixieren sollten, und wir können dies getrost vom fünften bis zum sechsten Punkt tun. Betrachten wir nun dasselbe Prinzip des Vergleichs des Ungleichgewichts auf der einen oder anderen Ticker, aber mit dem Paar S und P und SPY. Nehmen wir den ersten Teil der Notierung, Zone A. Beachten Sie den Abschnitt des Charts zwischen Punkt 1 und Punkt 2 beim S und P, der ebenfalls korreliert, aber das Delta beim S und P kommt von der Kaufseite, was im Grunde der Dynamik entspricht, während beim SPY ein größeres Ungleichgewicht auf der Verkaufsseite besteht. Mit anderen Worten, es zeigt, dass es eine falsche Kauftendenz im S und P gab, und um 412 im SPY wurde das maximale Volumen der Vorwoche erreicht, und daher wurde die Verkaufsseite für die Short-Seite geöffnet. Und es dauerte bis zur zehnten Stunde im S und P und der elften Stunde. Das heißt dieser Verkauf konnte aus der kombinierten Analyse von zwei Notierungen, dem Ungleichgewicht im S und P und dem Ungleichgewicht im SPY, abgeleitet werden. Betrachten wir nun den Teil des Charts, der sich in der Zone B befindet. Offensichtlich gab es einige Nachrichten, die eine sehr starke Volatilität hervorriefen. Achten Sie darauf, wie eng die beiden Instrumente miteinander korreliert sind, und dies ist bis zum Ende der Handelssession deutlich sichtbar. Auf diesem Diagramm, das heißt hier ist der Vergleich der beiden Ticker, können Sie sehen, dass der S und P mehr Delta zum Kauf hat, aber der SPY war sehr stark unter dem Ungleichgewicht der Verkäufer. Das heißt bis Punkt 5 von Punkt 1 gab es hauptsächlich starke Volumenspitzen auf der Verkäuferseite. Und dann sehen wir nach Punkt 5 Rückgang bis zum Ende der Handelssitzung. Die SPY gab Bestätigung zuverlässiger als das Delta auf der S und P 500.